Der Verweispfeilmanager ist eine komplett neue Art, Ihre Verweispfeile zu verwalten. In der Benutzeroberfläche des Verweispfeilmanagers haben Sie immer eine Gesamtübersicht Ihres Projektes. Sie sehen auf der einen Seite die ausgehenden und auf der anderen Seite die eingehenden Verweispfeile. Innerhalb der Benutzeroberfläche können Sie die Verweispfeile verknüpfen, ohne dass es notwendig ist, die Zeichnung dafür zu öffnen. Dabei sind auch Mehrfachverknüpfungen möglich. Beim Verknüpfen können die Werte der Eigenschaften automatisch übernommen werden. Es können nach Bedarf alle Leitungs- und Verweispfeileigenschaften zwischen den verknüpften Verweispfeilen übernommen werden. Die Verknüpfungen zwischen den Verweispfeilen werden durch Pfeile zwischen den beiden Bäumen angezeigt. Das macht das Navigieren extrem einfach. Wenn man Werte auf einer Seite verändert, werden diese Werte sofort als Inkonsistenzen im Verweispfeilmanager angezeigt. Auch die Verweispfeile selber werden eingefärbt. Die Inkonsistenzen können mit einem einfachen Mausklick für die andere Seite übernommen werden.